Und das ist die Fakultät, bei der wahrscheinlich niemand von Ihnen angefangen hat, zu studieren. Okay, denn zwischendurch gab es da mal eine Rechtstrukturierung, aber das ist nicht das Thema heute. Wir werden uns mit anderen Fragen befassen. Ja, ich begrüße Sie. Endlich konnten wir wieder unsere Absolventinnen und Absolventen gebührend verabschieden. Dieses Mal in der Aula des Hochschulzentrums in Esslingen in der Flandernstraße. Als Erinnerung an die schöne Feier hier ein paar Impressionen. Einde 5-6-2-3-0-1-4-3-3-4-2-5-8-1-2-7-3-4-2-5-1-1. Die Wedorter Berlin brann יל 12-9-5-3-1-2-1-3-4-8-1-2-1-4-8-2-4-8-3-4. Beide Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020